Hallo und herzlich willkommen bei Speck Pumpen. Heute dreht sich alles um eine langlebige Wasserversorgung. Ich freue mich, dass unser Produktexperte Elias Fink Ihnen die Besonderheiten zu unserer Produktbaureihe der Kolbenpumpen vorstellt. Ja, Langlebigkeit, Robustheit, Qualität, Pumpevererben fällt mir dazu nur ein. Einfach ein Dauerbrenner seit über 100 Jahren. Die erste Pumpe wurde im Jahr 1913 gebaut. Tatsächlich ist das so. Vor einem Jahr kam ein Kunde zu uns, der ein paar Dichtungen tauschen lassen wollte. Er hat die Pumpe wohl von seinem Opa geerbt, die er zur Wasserversorgung im Haus eingesetzt hat. Ein Blick auf das Typenschild, Baujahr 1960. Wow, also über 60 Jahre. Und wie ich unser Team kenne, haben die das Teil repariert und der Kunde ist weiterhin glücklich. Aber nun zur Technik. Wie ist das machbar? Mit präziser Technologie und einem Zahnradgetriebe. Außerdem durch die robuste Bauweise dieser Pumpe. Gussteile gewährleisten einen ruhigen Lauf. Bei langen oder ungünstig verlegten Leitungen bewältigen Kolbenpumpen jede Herausforderung. Ja, ob es eine normale Wasserförderung ist, eine Stallwasserversorgung oder eine Seewasserversorgung auf einem Schiff. Kolbenpumpen sind durch ihre Bauart besonders langlebig und effizient. 100 Jahre und effizient. Das hört sich komisch an, ist es aber nicht. Kolbenpumpen gehören zur Art Verdrängerpumpen und sind besonders effizient. Wenn ich unsere Kunden und Partner frage, was sie an den Produkten der Baureihe Kolbenpumpen schätzen, was bekomme ich denn da zu hören? Unsere Partner schätzen höchste Qualität ein Leben lang. Beste Saugleistungen auch in Problemfällen. Eine übersichtliche Produktpalette und das Vertrauen in Speckprodukte. Also eine rundum perfekte Lösung für Ihre Wasseranwendung. Sie wollen mehr erfahren? Unsere Vertriebsexperten Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Besuchen Sie unsere Website oder rufen Sie uns an.